hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von hero zero dieses mal ende des jahres natürlich dann auch der jahresrückblick dazu noch zuerst werden wir allerdings erstmal ein bisschen hier was durch klicken damit ich hier das soweit alles fertig habe hier kann ich zur zeit nichts erstmal nehmen möchte ich zumindest erstmal nichts nehmen dann werden wir noch ein paar punkte verteilen ganz offensichtlich da müssen wir gleich gucken ob wir noch was verkaufen wollen müssen je nachdem welchen platz wir haben ja das wird nichts viel das wird nicht viel bringen ich glaube ich habe nicht so viel dass ich da das wird keine 1000 sein jetzt wird keine 3000 oder so müssen wir haben das ist keine 3000 aber das können wir verkaufen das kümmer das habe ich dazwischen geschmissen gehabt mal damit sich die bank langsam mal endlich füllt das können wir auch vertickern ja dies diese diese hier konnt verkaufs hier konnt dabei da haben sich auf dem kalten fuß erwischt das funktioniert bei mir leider nicht so gut ist aber nicht schlimm entschuldigt dass ich mich öfters mal räusperre ich habe halsschmerzen meine nase ist dicht und meine stimme beginnt auch langsam wenn ich länger rede zu verschwinden daher ist es kein aufwändiges rückblicks video dieses jahr leider ich muss nämlich gleich auch noch shakes und fidget aufnehmen nachdem ich wieder ganz viel getrunken habe damit sich das wieder normalisiert sage ich jetzt mal damit ich wieder reden kann ja ich habe nur eine erkältung ist nichts dramatisches oder irgendwas so aufwendiges oder sowas muss einfach viel trinken und dann ist alles gut kam leider über weihnachten ist ein bisschen schade aber kann man manchmal halt nicht ändern so dann wenn wir noch kurz unsere duelle natürlich machen die gehören natürlich dazu hallo kämpfen danke so sehr schön nein weißt du bist du hier mitten im kampf da will man auf jeden fall weg klicken auf jeden fall ich klicke jedes mal falsch okay den hatten wir dreimal sehr schön dann kommt der nächste gegner und nochmal sehr schön so die kommen weg der kommt mal angeklickt damit wir den hinzufügen ich werde mir die werte so genau noch gar nicht ansehen von einzelnen die ich da drin habe aber ich werde mir bald noch mal einen neuen für kraft raussuchen vielleicht haben wir ja dieses jahr einen neuen bekommen den der mir noch nicht aufgefallen ist dass ich ihn bekommen habe damit wir merkt noch mal mehr kraft haben noch mal gucken dass wir irgendwie den juwelen noch mal kriegen die gibt es ja ganz gerne immer einen in der saison beziehungsweise in der season da gibt es ja immer wieder belohnung und da ist immer ein juwel für die pets drin das halsband für die pets die kriegt man ja über die modifikationswerkstatt alles kann man parallel sozusagen suchen und das andere bekommt man dann durch fleißige spielen so aber das hier sogar schon abgeschlossen sehr schön dann haben wir das hier mal erneuert sehr schön dann hier weiter ja alles supi dupi das ist auch supi dann ist jetzt hier das dran in den letzten tagen weil ich ein bisschen angeschlagen bin habe ich auch nur mal reingeguckt und habe wenn ich daran gedacht habe auch mal mittags die sachen gestartet und sowas aber ansonsten entspanne ich eigentlich mit viel tee und sehr viel cappuccino damit ich nicht die ganze zeit schlafe das ist vielleicht nicht die beste idee weil ich das gestern abend gemacht habe auch noch und da war ich so aufgedreht oh gott oh nee da haben wir new world gespielt gehabt also meine andere hälfte und mein vater hat da auch mit gespielt gehabt und da haben wir die ganze zeit im discord gequatscht irgendwann bei dem dritten cappuccino heiliger ich war so aufgedreht wie ein kind auf coca cola so richtig so auf zucker hohr schlimm 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 aber lustig war lustig so erfahrungspunkte sehr schön apropos erfahrungspunkte und so weiter ich werde euch erst mal erzählen was die nächste hero con ist das macht glaube ich am meisten sinn und zwar gibt es diese hier beim workout das kann ich euch leider jetzt gerade nicht so zeigen dass das jetzt ein bisschen doof aber es gibt bei den ihr kennt das ihr seid profis ihr kennt das ja eh ihr wisst wahrscheinlich sowieso schon was für eine hero kommt kommt aber es gibt die teilabschnitt fitness erledigungs aufgabe und zwar hat das ja immer drei so eine beutel beziehungsweise rucksack und dann tasche wenn ihr das immer habt ihr so abschnitte die ihr beim training eben teilt wenn ihr euch was von den vier sachen ausgewählt habt ja da habt ihr dann so eine tasche so und die müsst ihr immer erreichen dann kriegt ihr immer ein punkt für euer team beziehungsweise für die solo und für die hier kommen team aufgabe so und die punkte bringen dann eben teilt euch hier voran ja mein gehirn heute laufen langsam langsam läuft langsam mein gott oh gott mein kopf so da haben wir das sehr schön wir haben heute auch alles bis auf das kämpfen hier glaube ich ne da konnten wir nicht genau dann greifen wir nochmal an um zu verlieren damit wir schneller an neue gegner kommen sehr schön hier haben wir alles geguckt ich habe auch hier geguckt eigentlich bräuchte ich noch zwei weitere räume später für nochmal diese konstellation kann ich aber erst haben wenn ich tatsächlich hier oben die versteck zentrale auf 40 auf 40 habe genau und dann schalte ich ja das hier wieder frei das sieht man ganz gut wenn man ein freigeschalteten raum hat der leer ist dann sieht man hier hey das können wir nochmal bauen aber erst wenn ich auf 40 die versteck zentrale habe kurz was trinken tut das weh so und zwar habe ich das jetzt eigentlich auch vor ich möchte gerne da jetzt natürlich ein bisschen sparen das dauert aber weil bei der versteck zentrale die ausbauen zu können braucht man immer maximum bei den kosten das was auch dass die lager hier die beiden auch fassen können das heißt man muss lange 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 hier sammeln und parallel hier kämpfen für die superkleber und zeroni sachen und aufgaben von zb zum beispiel zum beispiel helden notrufe da gibt es manchmal auf haben ich habe zum beispiel jetzt nur erfahrung auch ein bisschen schade aber nicht schlimm und es gibt halt hier solche aufgaben da kann man das auch bekommen und es gibt die in der season da kann man das auch bekommen hier zum beispiel 48 48 48 48 tausend meine ich an zeroni zum beispiel so und donuts habe ich jetzt auch gesammelt und hier hinten irgendwo da ist der juwel kriege ich nicht hin einen tag 14 stunden dezember ist bei mir immer sehr mau mit spielen also es ist immer sehr sehr schwierig vor allem weil der halt fast den halben monat beziehungsweise ja ab dem 9 10 hatte jetzt beziehungsweise 10 war ja auch schon samstag hatte mein man schon angefangen mit seinem urlaub und bin ich halt beschäftigt mit meinem mann also jetzt nicht wieder das was ihr denkt sondern er dass das wir was zusammen unternehmen ob beim zocken filme gucken serien anfangen wie zum beispiel die herr der ringe serie haben wir angefangen da geht ja jede folge eine stunde bist du erst mal beschäftigt ach ja aber die haben wir erst angefangen also kein spoilern oder sowas auch nicht in den kommentaren auch ich euch nicht oder sowas wenn ihr das gucken wollt aber sie ist sehr aufwendig und teuer produziert worden und wenn man herr der ringe mag oder der hobbit hat so dass dieses genre auch mag dann ist das auf jeden fall blick wert auf jeden fall ich bin nämlich gerne immer kritisch was so solche sachen angeht und ja doch die gucken wir weiter okay jetzt aber wieder zurück zu hero zero und zwar start ins neue jahr heißt die folge 283 das ist die erste folge von 2021 und dort sehe ich direkt dass wir stufe hunden 502 sind das heißt wir haben 78 stufen haben wir gemacht das finde ich ganz nett wir haben den frost die jetzt ausgerüstet mit mehr kraft den den wir vorher hatten das war so ein löwe finde ich den eben wieder es war so ein frenzy glaube ich nur ausgeskilled mit einem sockel das ist ja auch nicht da ist oder hatten wir sind bei nee wir hatten den anfang des jahres und dann haben wir simba vorher gehabt und dann haben wir den genau das ist unser erstes pad was wir dieses jahr hatten und hier mit 1400 kraft und haben uns halt dementsprechend verbessert auf unseren nehmann den man dem nicht vorbeiruschen sonst habe ich den gleichen falschen drin da frosty mit 2225 kraft so und nächstes jahr will ich versuchen einen noch besseren kraft zu haben damit wir uns krafttechnisch unterstützt damit ich das hier nicht großartig also extrem weiter skillen muss oder sowas für die sonder einsätze gut so was haben wir noch wir haben rüstungstechnisch haben wir uns auch noch ordentlich verbessert also von den werten her ist ist uns einiges hat sich da getan wir haben statt 12.000 haben wir jetzt 17.000 hier statt nur 36.000 haben wir hier 56.000 also da mal 20.000 draufgelegt hier bei grips hat sie auch ein wenig was getan und zwar von 39.000 auf 44.000 und intuition haben wir von 43.000 auf 45.000 also intuition da ist es irgendwie bei mir nicht angekommen ist irgendwie in der matrix verloren gegangen das weiter zu skillen aber das hat sich eben halt beides hier schön angepasst das mag ich kondition dass wir so viel haben super gut und kraft ist auch sehr gut also ich bin eigentlich so so wie es ist sehr zufrieden apropos jetzt werden wir auch die boosters wieder starten und wie lange gehst du bis zum vierten ja können wir noch einmal uns gönnen und zeitmission ist auch schon wieder fertig sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön wir sind ja auch mittlerweile in paris übrigens für diese ja diese besondere quest die man ja immer diese blauen quest die man hier unten hat und dann immer weiter kommt und ins nächste gebiet damit auch kommt das ist sehr gut jetzt sieht man hier aber hier zurzeit findet man das item was der sucht nicht aber ist auch nicht schlimm wir können ja einmal noch mal eine quest hier machen und dann weiter gehen zum not so dann haben wir das hier sehr schön so aber ansonsten hat sich hier im helden versteck ein bisschen was geändert da haben wir ja auch ein paar verbesserungen wir haben ja hier einige räume hier noch mal alles umgebaut ist ja gar nicht mehr so aus wie am anfang des jahres wir haben hier unten auch noch erweitert wir haben hier noch weitere räume hinzugefügt und sind jetzt auch schon dran dass helden versteckt dafür die sachen zu sammeln um dort eben teilt auf max stufe mal zu gehen damit wir noch mehr münzen bekommen und besser münzen bekommen dann können wir auch die restlichen ganzen räume dann immer bauen die dann kommen noch und ich denke bei den nächsten updates irgendwann laufend 2023 oder so wird auf jeden fall einiges noch kommen ich denke schon dass hero zero leute da die entwickler noch richtig was im petto haben und noch ganz viele seasons kommen weil kreativ sind sie auf jeden fall was ich mir aber jetzt kommt das entscheidende das wollte ich jetzt zum schluss aufheben das entscheidende in hero zero was mich ja ein bisschen stört sind immer noch wie letztes jahr und das jahr davor und das jahr davor bin ja schon seit 2000 16 am zocken ist es am handy wenn ich nachrichten hier schreibe im chat wird es überdeckt von meiner tastatur das finde ich immer noch sehr doof das schiebt er sich nicht richtig nach oben und dann ich kann das hier oben alles lesen was andere geschrieben haben aber ich kann nicht diese zeile sehen wo eben das drin ist was ich halt geschrieben habe das finde ich ein bisschen doof weil ich dann blind schreibe quasi das ist am handy so leider das stört mich immer noch und oh ja wir verteidigen danke und das andere ist halt ähm ja es ist es ist wirklich ja doch also diese es gibt diese hero cons beziehungsweise es gibt so aufgaben das ist keine hero con das sind so aufgaben die man hier extra finde zum beispiel den ball oder finde das laubblatt und sowas alles oder finde den ja genau bälle laubblatt solche sachen halt ne ähm ich gucke ab und zu mal auch am handy wenn ich unterwegs bin oder so wo ist das ding meistens habe ich mir das schon abgewöhnt selber zu suchen weil die sachen so klein sind dass man sie sehr 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 leicht und sehr schnell übersieht ja das kann wieder rumgeheule sein oder sonst irgendwas könnt ihr sehen wie ihr möchtet aber die sachen sind wahnsinnig klein und ich hatte auch schon das hier im duel dass das item hier auf diesen pokal auf diesen ganz kleinen pokal hier ja der ist ne dreimal so groß ungefähr wie meine maus mein maus zeiger dass das blatt dahinter versteckt ist genauso wie hier bei der rangliste und sowas alles es ist gar nicht so leicht die sachen zu finden und anzuklicken und äh da wünsche ich mir eigentlich dass die das vielleicht um ein paar pixel mal vergrößern damit man das auch als jemand der nicht die perfekten adlaugen hat auch besser selber findet denn das habe ich mir jetzt schon abgewöhnt ich gucke Gott sei Dank hat mein team wenn ich nicht selber zufällig das sehe meistens schon morgens reingeschrieben oder mittags wo das teil zu finden ist und dafür liebe ich mein team ihr seid klasse ich finde die sachen dadurch viel besser auch machen sie sich aufmerksam auf andere sachen und so weiter wie jetzt zum beispiel habe ich ja da reingeschrieben wie auch in unserer beschreibung und den regeln drin steht dass über feiertage alle safe sind und nicht rausgeworfen werden wegen inaktivität denn an feiertagen geht die familie freunde alles geht vor urlaub erholung raus aus dem alltag das ist alles viel 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 wichtiger als hier sich anzumelden und zu zocken deswegen gibt es da so ein safe point bis zum zweiten ersten gucke ich gar nicht erst auf inaktive oder sonst irgendwas hier und so wie ich oh gerade sehe sind auch alle super aktiv bis auf der neuling der ist bis 10.12. das letzte mal online gewesen aber da feiertage ist interessiert mich das nicht ich weiß er ist vor den feiertagen schon inaktiv gewesen aber jetzt zum zeitpunkt ist sozusagen ein break niemand fliegt raus bis nächstes jahr so und ich schmeiße eh ungern Leute raus nur weil sie mal eine zeitlang inaktiv sind ich weiß das steht bei uns in den regeln aber mittlerweile auf dem alten server ich könnte das eigentlich anpassen aber eigentlich auch nicht ist mir eigentlich egal wenn einer nicht kann kann er nicht dann ist gut so das packen wir auch mal hier rein ich sammle jetzt auch wieder die ganzen Sachen zusammen ja jedenfalls haben wir das vergangene Jahr jetzt durch also ein bisschen die Skills ist ja das was sich groß ändert hier das Level welchen Begleiter wir haben ich habe ein paar Teile hier auch eintauschen können beziehungsweise machen können wir haben tatsächlich dieses Jahr haben wir dieses Jahr tatsächlich die Hardcore angefangen die sind jetzt überall auf drei beziehungsweise vier glaube ich auch schon welche angefangen das müsste hier zum Beispiel sein genau Hardcore 4 also ein bisschen was an Fortschritt beziehungsweise sowas dahingehend haben wir auch gemacht ähm ja was nächstes Jahr nächstes Jahr ist auf jeden Fall die Stufe 600 fällig ich bin gespannt was es für noch weitere Seasons gibt weil Postapokalypse klingt ja auch schon mal nicht schlecht ähm ich werde aber weiter hingehend hier keine Seasons Pässe kaufen weil die kosten ja hier 5,49 5,49 jetzt schon war das nicht 4,99 oder so egal auf jeden Fall ähm der ist ja käuflich der hier ist too free und da hat man eben halt auch jede Menge schöne Sachen die man bekommen kann wenn man die Rüstung durch Fortschritt und sowas kaufen möchte beziehungsweise hier den Season Pass haben möchte legt los macht es ich empfehle aber immer erst sehr sehr weit zu spielen und wenn du ein zwei Tage vor der Season bist und siehst hey ich hab jetzt sehr viele Punkte gemacht ich krieg jetzt hier Rüstung ich hab hier schöne Fortschritte und sowas kannst du den kaufen du kriegst alles rückwirkend das heißt erst ganz viel zocken empfehle ich immer bevor ihr dann sagt hey ja jetzt kaufe ich den Pass es ist aber auch andere die das gerne machen gibt es auch welche einzelne die kaufen den Pass und kaufen bis an und dato sich die einzelnen Sachen das kann man nämlich auch machen indem indem man hier eben halt auf die Zeitleiste geht und Belohnung freischalten sagt und dann sagt der hey möchte du die Belohnung für 49 freischalten und dann bist du bei dem Teil kann man auch machen aber das kostet eben halt Donuts wenn du so viele hast bis hier hin zu kommen das sind hunderte Donuts musst du auch kaufen es sei denn du bist einer der eben halt jeden einzelnen Donut sammelt seit Beginn an aber wie auch immer es ist ergeben selbst überlassen wie er spielt Hauptsache er hat Spaß an dem Spiel und das ist das wichtigste so ja nächstes Jahr ist die 600 fällig auf jeden Fall vielleicht noch einen noch besseren Begleiter mit noch mehr Kraft Kraft ist nämlich gut bei den Begleitern zu haben finde ich ähm ja ansonsten Heldenversteck das ist mein Hauptaugenmerk jetzt Heldenversteck voranzubringen beziehungsweise zu versuchen hier auf jeden Fall die Versteckzentrale auf Maximum zu bringen das ist momentan glaube ich 50 ich glaube es ist 50 50 genau 50 30 habe ich 50 ist 20 Stufen das wird eine Heidenarbeit äh aber wie gesagt ich habe mehrere Möglichkeiten ja die Sachen hier zu bekommen und äh das werde ich auf jeden Fall versuchen mal sehen im nächsten Jahresrückblick werdet ihr dann sehen ob ich das geschafft habe oder nur Flure ja das ist auch das ist bei mir auch möglich ja mhm so aber ansonsten würde ich sagen sehen wir uns im nächsten Jahr wieder bleibt gesund habt einen guten und sicheren Rutsch passt auf euch auf und auf eure Liebsten bleibt gesund bis dahin macht's gut tschüss